Unser bekanntes Filmteam berichtet wieder über Neuzugänge, Baufortschritte und interessante Zugzusammenstellungen auf unserer Modelleisenbahn. Ja, hallo Leute, jetzt machen wir den zweiten Teil von unserem Kravendel EC 8081. Und zwar, wir fahren ja insgesamt von Innsbruck nach Hamburg-Altona und haben den zweiten Abschnitt, und zwar ab Mittenwald bis Garmisch-Partenkirchen, ein relativ kurzer Stück, ein paar Kilometer, aber ab Mittenwald bekommt der EC noch zwei Wagen zusätzlich, und zwar einen AVMZ 111 und einen APMZ 121. Und die beiden Wagen sind auch gleich direkt hinter der Lok. Und diesmal ist es auch nochmal eine Baureihe 111, die 111 085, haben wir vorgespannt. Ja, viel Spaß mit dem Video, Like und Abo nicht vergessen, ciao. Ja, vielen Dank. 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 Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, dann lasst ein Like da und abonniert. Das wäre fein. Ciao.